Die junge Liz hat einen älteren Witwer geheiratet, kümmert sich liebevoll um ihre zwei Kinder und arbeitet Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen als Hebamme. Das harte, aber friedliche Leben endet für die stumme Frau und ihre Familie, als sich ein diabolischer Priester in der Gemeinde niederlässt. Nach mehreren brutalen und geheimnisvollen Vorfällen entschließt sich Liz zur Flucht, doch das personifizierte Böse lässt sich so leicht nicht abschütteln. Brimstone stammt aus dem Jahre 2016, hat eine Lauflänge von ca. 148 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. Der Film ist eine niederländische Produktion, Drehbuch und Regie von Martin Kohlhofen. Ihm gelang der internationale Durchbruch mit seinem Film Mein Kriegswinter. Das erlaubte ihm fast sieben Jahre lang an seinem Herzensprojekt zu arbeiten. Er wollte unbedingt einen Western drehen und etwas auf die Leinwand zaubern, was man zuvor so noch nicht in diesem Genre gesehen hat. Der Film ist gespickt mit internationalen Stars wie Dakota Fanning als Liz. Sie kennt man unter anderem aus der Twilight-Saga, aber auch als nervtötendes Kind aus Krieg der Welten an der Seite von Tom Cruise. Außerdem haben wir hier noch Guy Pearce mit am Start. Ihn kennt man aus dem großartigen Christopher Nolan-Film namens Memento, aber auch aus Die Zeitmaschine sowie Lockout an seiner Seite spielt als Frau Anna Carys van Houten, eine sehr bekannte niederländische Schauspielerin. Lustiger Funfact am Rande ist vielleicht, dass die beiden seit den Dreharbeiten zu Brimstone ein echtes Paar sind und einen gemeinsamen Sohn haben. Dieser kam kurz vor der Premiere von Brimstone auf die Welt, fünf Tage zuvor. Um genau zu sein und somit verpassten die beiden die Premiere. Sie kennt man aus Game of Thrones, genauso eben wie Kit Harington als Samuel. Er spielte den Jon Snow in Game of Thrones. Und des Weiteren haben wir noch Emilia Jones als Joanna. Die hatte viele TV-Serien zuvor abgedreht und eine kleine Nebenrolle in Fluch der Karibik. Der Soundtrack stammt von Tom Heukenborg alias Junkie XL. Er ist bekannt von seinen Werken unter anderem von Zack Snyder's Justice League, aber auch 300 Rise of an Empire sowie Mad Max Fury Road. Das Besondere an Brimstone ist unter anderem natürlich die Erzählstruktur. Hier hat man nicht diesen gewohnten geradlinigen Verlauf und die Unterteilung in drei Akte, sondern der Film ist unterteilt in vier Akte, auch eben, weil er an den vier Jahreszeiten spielt. Hier drehte man unter anderem in Deutschland, aber auch Österreich sowie in Spanien. Außerdem ist natürlich auch zu erwähnen die großartige Performance der Schauspieler. Mit Dakota Fanning habe ich so ein bisschen meine Probleme. Ich bin da immer noch geschädigt von Krieg der Welten und diesem nervtötenden kleinen schreienden Kind. Auch sonst konnte sie mich nie vollends überzeugen, auch wenn sie schon in jungen Jahren einige Awards gewonnen hat. Hier in dem Film macht sie ihre Sache solide, dass man sich aber auf ihre Seite schlägt. Liegt unter anderem an diesem unfassbaren Leid, das ihr zugefügt wird. Das wünscht man nicht mal seinen schlimmsten Feind. Aber auch an der großartigen, beinahe Oscar-reifen Performance von Guy Pearce. Der spielt den Antagonisten, den Bösewicht so großartig und mit so einer Überzeugungskraft, dass du ihn vom allerersten Moment, der allerersten Sekunde richtig hast. Und du wünschst dir einfach, dass unsere Heldin es hier schafft, durchzukommen und ihm das zuzufügen, was er verdient hat. Und das schafft er mit ganz ruhigen Mitteln, allein mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Präsenz, mit seinem Einsatz, seiner Stimme hier noch ein großes Lob an die Synchronisation. Aber er schafft es einfach so diese Boshaftigkeit, diese Gefahr auszustrahlen. Das schafft kaum ein anderer Schauspieler. Daran scheitern ja die meisten Filme heutzutage, nicht nur Superheldenfilme, sondern auch die Bond-Filme, dass es keinen gescheiten Antagonisten gibt. Aber hier Guy Pearce, seine Performance absolut großartig. Außerdem noch ein großes Lob an die Maskenwäldner. Ihnen ist hier auch Fantastisches. Allein bei ihm und seiner Wandlung gelungen in jungen Jahren, sieht man ihn noch hier ganz neutral und unversehrt. Und dann wandelt sich das aber im Verlauf der Zeit, wenn die Narbe dazukommt, die Haare ergrauen an seinem Bart und mehr Falten dazukommen. Irgendwie erinnerte er mich ein wenig an Gregory Peck als Käpt'n Ahab aus Moby Dick. Ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht, aber unverkennbar dann, wie er von der Zeit gezeichnet ist und von mehreren Kämpfen und dem Verlauf der Geschichte. Unser Guy Pearce, auch seine Augenfarbe ändert sich an zwei gewissen Stellen des Films. Hat er beinahe schwarze Augen und er hält sich hier eben für gottgleich. Er sagt das auch in einer Szene, als er hier mit einer anderen Person spricht. Ich mag hier nicht spoilern, aber er sagt, dass ich bin wie Gott. Und speziell dieser religiöse Hintergrund, der bei diesem Film eine ganz große Rolle spielt. Und denkt man eben an diesen zweiten Akt Exodus, wo auch Gott als brennender Busch erscheint, dann weiß man ungefähr vielleicht, wenn man sich mit der Geschichte ein bisschen auskennt, wohin die Reise führt. Und das Ganze wird später nochmal aufgegriffen. Und man kann hier sehr viel deuten, das ist auch fantastisch an dem Film, dass einem nicht alles supermäßig erklärt wird, sondern der Zuschauer Freiraum hat Sachen für sich eben selbst zu interpretieren. Dann gab es eben noch eine Szene, also die finde ich heute noch, ja, ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wo eben der Reverend seine Frau züchtigt, ihr so einen Maulkorb praktisch verpasst und damit sogar durch die Landschaft fährt, in die Kirche seine Predigt hält. Und sie sitzt da so gezüchtigt mit diesem Maulkorb und so dran. Und alle gucken zu und denken sich, ja, passt eigentlich. Also da kann man direkt Vergleiche ziehen zu der heutigen Zeit, wie Menschen das einfach hinnehmen. Auch dieser Fanatismus, diese Unterdrückung eben von Frauen und alles, das ist nach wie vor ein Thema. Von daher macht es den Film zeitgemäß, aber auch zeitlos, aber auch modern. Ja, zeitgemäß und zeitlos, für euch stimmt das eigentlich schon. Also das ist eine ganz besondere Brisanz und auch Thematik in diesem Film, die hier herauskristallisiert wird. Und als Zuschauer ist man nur teilweise dran und schüttelt mit dem Kopf und kann gar nicht fassen, was es da alles zu sehen gibt. Und eben diese Vergleiche mit der heutigen Zeit. Außerdem gibt es ein paar brutale Szenen im Film. Da wird direkt drauf gehalten, wenn es ein paar Kopfschüsse gibt oder so. Da siehst du dann Practical Effects Shootouts raus. Jetzt nicht monstermäßig blutrünstiges oder sonstiges. Aber es wird drauf gehalten, dann wird in ein paar Szenen abgeblendet. Da passiert was im Off. Du hörst es aber über die Geräusche und die Geräuschkulisse lässt dich schon erschaudern. Und da bekommst du Gänsehaut. Oder es werden Dinge angedeutet, einfach nur durch Blut in einem Leintuch oder so. Und dann fängt dein Kopfkino eben an. Also dieser Mischmasch aus eben voll drauf halten, abblenden und auch Sachen andeuten. Das hat hier Martin Kohlhofen echt perfektioniert. Genauso wie die Landschaften. Das sieht alles glaubwürdig, überzeugend aus. Auch von den Kostümen her. Und ich muss sagen, das Bild der 4K, die hier vorliegt, die ist absolut großartig. Bis in die kleinsten Details kannst du alles genau erkennen. Egal ob bei Tageslicht, unter Wasser oder bei Nacht. Also hier wird das Bild und die Vorteile einer 4K absolut perfekt herauskristallisiert. Jo, soviel einmal zum Film selbst. Für mich eine echt großartige Überraschung. Die zweieinhalb Stunden vergehen wie im Flug. Und am Schluss sitzt man einfach nur baff da. Und ja, es ist auch ein bisschen so ein kleiner Schlag in die Magengrube, möchte ich mal sagen. Schwer über den Film zu reden, ohne zu spoilern. Aber das soll es jetzt mal gewesen sein mit meinen Eindrücken. Von mir aus ganz klar eine Empfehlung. Brimstone, nicht nur ein Geheimtipp. Ich denke mal, der wird sich jetzt über die Jahre hier auch noch viel größer machen und bekannter werden. Ich hoffe, mit diesem Video das auch ein wenig zu schaffen. Denn solche Filme lohnen es sich definitiv mal anzugucken. Ihnen eine Chance zu geben, auch in 4K eben. Das lohnt sich definitiv. Und deswegen hoffe ich, dass der Film noch ein paar weitere Filmfreunde findet. Jo, soviel einmal zum Film. Jetzt kommen wir eben mal noch zum Media Book. Das habe ich im Vorfeld ausgepackt. Bevor ich den Film gesehen habe, sieht man dann auch im Unboxing eben mit der Folierung. Und möchte euch noch kurz zeigen, was dieses Media Book von Kochfilms, welches es auch exklusiv nur im Kochfilm Shop zu erwerben gibt, zu bieten hat. Und ob sich der Kauf lohnt oder nicht. Viel Spaß. Vor uns liegen haben wir dann das Media Book zu Brimstone. Hierbei handelt es sich um ein 3-Disc-limitiertes Media Book. Erstmals inklusive 4K Ultra HD Version auf Blu-ray plus den Soundtrack mit an Bord. Was mir hier schon mal positiv auffällt, ist, dass dieser FSK 16-Sticker, Freigabe-Sticker auf der Folie drauf ist. Und nicht wie früher auf dem Media Book selber bei Kochfilms. Also das ist schon mal löblich. Ansonsten haben wir hier eben noch weitere Informationen, wer alles mitspielt. Guy Pearce und Dakota Fanning. Und dann eben den Hinweis Ultra HD Blu-ray plus eben auch, wie wir hier oben lesen können, Soundtrack. Jo, von der Größe her ist das ungefähr gleich wie eine Standard Blu-ray. Wir sehen es hier oder ein Steel Book. Also da nimmt es sich nichts. Die Media Books von Kochfilms sind wie immer etwas kleiner und dann auch etwas breiter. Ja, ist ein bisschen schade für uns Sammler, weil wir kämpfen alle mit dem Platz. Der wird nicht mehr und von daher ein bisschen schlanker, wäre nicht schlecht. Aber wie hieß es schon in Friday, auch die Dicken brauchen Liebe, Craig. Also dann machen wir das Ganze einmal auf. So. Dann haben wir das Media Book unfoliert vor uns liegen. und sehen, dass es komplett glänzend gehalten ist und einen super scharfen Druck hier hat. Farblich ist es halt ja stark entsättigt. Da können wir jetzt nicht von brillanten Farben sprechen, liegt aber selbstverständlich am Motiv. Dann haben wir hier unten den Schriftzug noch drauf. Löse uns von den Bösen. Und dann haben wir hier noch den Spine eben. Hebe ich mal ein bisschen hoch. Dann seht ihr das. Ja, und hier kann man ganz leicht erkennen, dass sich was vom Backmotiv auf dem Spine, der eh schon so breit ist, breit macht. Welches Wortspiel? Jo. Dann haben wir hier die Rückseite. Hier haben wir Media Book typisch dann eben den Titel nochmal draufstehen. Eine Inhaltsangabe, ein paar Szenenfotos. Als Extras haben wir hier drauf Interviews mit Cast und Crew, entfallene Szenen, Trailer und auch Booklet. Dann haben wir hier ganz klein ein paar Szenenfotos noch am Start. Die Credits, ja, wir haben eine 4K Ultra HD am Start und eine Blu-Ray. Außerdem eine DTS HD Master Audio 5.1 Tonspur, Sprachen Deutsch und Englisch, Untertitel Deutsch. Jo. So viel einmal dazu. Ich hebe das jetzt ein kleines Stück höher. Dann könnt ihr euch hier das im Notfall durchlesen, wenn ihr jetzt auf die Pause-Taste drückt. Und zum Vergleich habe ich jetzt hier noch das etwas schlankere Media Book von Kochfilms zum Film Alone. Von der Größe her nehmen die beiden sich nichts. Das sieht man, aber dreht man die mal um, dann sieht man es ganz klar am Spine, wie breit Brimstone ist. Und wenn man das nach oben dreht, sieht man es noch besser. Hier sieht man auch, dass ein etwas dickerer Tray benutzt wurde, um die zwei Disks festzuhalten, die sich vorne befinden. Und ja, da gibt es natürlich auch schlankere Trays, aber dann hast du wieder diese Nasen dran, ja, wo man die Disks nach unten ziehen muss. Brechen leicht ab, ist halt natürlich Geschmackssache und da kann dann jetzt jeder selber für sich entscheiden, ob ihm das taugt oder nicht. Wie heißt es so schön in einem Sprichwort? Charakter zählt und wahre Schönheit kommt von innen. Also dann gucken wir uns mal die inneren Werte dieses Media Books an. Hier haben wir einen schönen Innenprint, ein schönes Motiv, was von der Booklet-Vorderseite übergeht. In den Innenprint die Disks übernehmen dieses Motiv. Das finde ich gut. Was auffällt ist, dass wir hier zwei verschiedene Farbstimmungen haben. Das kann natürlich Stilmittel und Absicht sein. Während die Soundtrack-CD hier die Farbstimmung der Blumen übernimmt, haben wir auf der Blu-ray Disc so eher die Farbstimmung von unserem Reverand. Ich zeige euch jetzt hier nochmal ganz kurz die Disc. Hier haben wir eben die Soundtrack-CD und darunter haben wir, man sieht es, eben die Blu-ray, die übernimmt auch schön dieses Cover-Motiv, diesen Innenprint von den Blumen. Und hier, so schaut das aus. Wir sehen, das ist etwas dickere Tray, aber mit diesen festen Halterungen eben und nicht diesen Nasen, die vom Anschauen schon fast abbrechen. Ich mit meinen klobigen Fingern tue mir hier leichter. Definitiv ist aber Geschmackssache. So, dann kommen wir zum Booklet mal selbst. Hier haben wir ein schönes Cover mit einem Zitat aus dem Film. Dann geht es weiter mit unserem Hauptcharakter Dakota Fanning. Hier gibt es ein paar Hintergrundinformationen zur Person und auch zu ihrer Filmografie. Genauso verhält es sich mit Guy Pearce sowie eben Carys Van Houten. Man sieht, das Ganze ist recht schlicht gehalten, passt aber eben auch zum Film und wirkt aufgeräumt, nicht zu verspielt. Das würde jetzt hier weniger passen. Den Kit Harrington haben wir hier noch als Samuel. Dann noch Emilia Jones eben. Sowie ein paar Informationen über den Regisseur und Drehbuchautor Martin Kohlhofen. Der kommt hier dann nochmal in einem kurzen Interview zu Wort und gibt eben ein paar Hintergrundinformationen noch zur Produktion und Entstehungsgeschichte seines Herzensprojekts. Außerdem kommt auch noch hier die Produzentin zu Wort und zu guter Letzt haben wir dann noch eine Tracklist zum Soundtrack und ganz hinten haben wir dann die 4K Ultra HD Disc. Die übernimmt auch das Muster eben von diesem Innenprint und so sieht die dann aus. Also insgesamt richtig schickes Mediabook und mit einem Preis von 29,90 Euro bekommst du hier die 4K, die Blu-ray und den Soundtrack. Also das ist ein absolut Top-Preis-Leistungsverhältnis exklusiv zu kaufen im Kochfilmshop. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So meine lieben Filmfreunde, das soll es mit meinem Beitrag zu Brimstone gewesen sein. Von mir ganz klare Empfehlung sowohl zum Film als auch eben hier zum Mediabook von Kochfilms. Guckt in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch nicht nur den Shop natürlich, sondern auch den Trailer und den Eintrag zu IMDb. Dann könnt ihr euch da noch ein bisschen einlesen oder euch eben ein paar bewegte Bilder dazu ansehen. Dann bekommt ihr noch einen besseren Eindruck, was euch denn bei diesem Film erwarten wird. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken. Auf bald meine Freunde. Bleibt gesund und Servus.